Dampferinnen und Dampfer Ich habe sehr sehr viel von euch gehört, es gibt einige die schwärmen davon und es gibt einige die sagen das funktioniert überhaupt gar nicht, kokeln, auslaufen, wiederum andere die sagen schmeckt super, läuft super, gar keine Probleme, dann gibt es den einen oder anderen der sagt mit dem Mod ist so eine Sache und heute wollen wir uns das mal gemeinsam anschauen. Wir springen erst in die Details, wir werden den mit Mesh und auch kurz mit Nakoy mal ausstatten, dass ihr das beides mal gesehen habt, wobei ich hier definitiv bei Mesh bleiben werde und dann werden wir am Fazit am Schluss das Gerät miteinander ausprobieren und ich werde euch meine Meinung dazu sagen, also bis gleich. Heute filmen wir mal mit einem neuen Setup, ich habe jetzt hier meine Zweitkamera, die ZV1 als Detailkamera genommen, denn mit dem Makroobjektiv war ich sehr sehr nah dran und da hätte ich euch das hier zum Beispiel gar nicht mehr zeigen können, das habt ihr oft gesehen, dass ich da Probleme habe und Geräte quer nehmen muss, weil ich sie hoch nicht mehr zeigen konnte. Jetzt probieren wir das mal so, ich kann da ein Mikrofon anstecken und ich hoffe, dass Ton und Bild dann auch passen. So, das ist die Originalverpackung vom Siegfried Kit, mal was komplett anderes, wie ich finde, also ich habe das so länglich ganz ganz selten gesehen, gibt es natürlich gerade bei Mesh Sachen, aber das sieht schon ganz gut aus. In Glossy hier Siegfried Kit mit den beiden Flügeln des Drachen, Tame the Dragon, also Zähme den Drachen, wir sehen auch hier das Gerät schon abgebildet. Auf der Rückseite, so, warte mal, das ist wieder sowas zum Drehen, ich mag das eigentlich eher, wenn ich es, egal, kennt ihr das, wenn ihr eine Verpackung dreht, wollt ihr es eigentlich irgendwie klappend drehen und nicht, ist ja auch wurscht. Wir sehen jetzt hier, designed by German 103, also von den German 103 und Waveflight zusammen und wir sehen hier einige Features von dem Gerät, was wir hier haben, unter anderem die 7 Milliliter und das 21700er, sowie auch 18650er und 20700er hier reingehen. Sehr, sehr guter Geschmack, wird uns hier schon mal vorher versprochen und Riesenwolken, ob das so ist, werden wir sehen, natürlich Mesh und auch normale Single Coil können hier eingebaut werden. Falls ihr so etwas länger sehen wollt, dann bitte pausiert einfach das Bild. Nachdem wir nun diesen Karton aus dem Schuber rausgenommen haben, haben wir wieder einen Schuber, den wir hier sehen können, ich denke, was da, oh, der Autofokus ist natürlich mega schnell, das gefällt mir. Haben wir hier nochmal einen Schuber, wo wir hier nochmal den Inhalt rausziehen können. Na, ich habe das ein bisschen anders gemacht, ich habe hier die Innensachen schon draußen, deswegen liegt das hier so diagonal drin, aber das soll euch jetzt mal nicht wundern. Ich habe keine Lust gehabt, dann den Karton hier im Video nochmal auszuleeren. Das hier war drin, das ist scheinbar ein Mützchen für den Verdampfer, weil das Ding ungefähr zu Weihnachten rauskam. Nicht jeder hat es, im Livestream hat einer gemeint, er hat das nicht. Ich glaube, der liebe Utini war es, der soll dann nochmal gucken, dass er das nachträglich bekommt. Hier seht ihr auch schon den 18650er Adapter, der normalerweise im Akkuträger des Kids daherkommt. Ich habe den rausgenommen, weil ich den nicht benötige, ich nutze 21700er darin. Ich finde, es ist eine Verschwendung, wenn man da dennoch 18650er nutzt. Klar, notfalls mal gerne, aber sonst, warum sollte man? Wir bekommen auch ein Ersatzglas, wie ihr sehen könnt. Und wenn ich das hier auch hier rausnehme, kommen wir eben zu diesem Karton. Und den habe ich bereits ausgeleert, um hier nicht rumschütteln zu müssen im Video, denn da ist so viel drin, dass es tatsächlich gar nicht so einfach rauskommt. Das Einzige, was bei mir nicht dabei war, ist eine Wickelanleitung, die ich aber schon gesehen habe. Da ist ein Bildchen dabei von verschiedenen Wicklungen. Wie die auszusehen hat, hätte ich tatsächlich gut gefunden, wenn die auch in jeder Version dabei gewesen wäre. Ich weiß nicht warum, aber bei mir war keine drin. Gerade wenn man das Gerät überhaupt nicht kennt und eben kein YouTube-Video geschaut hat, wäre es eine tolle Orientierung zu sehen. So sieht das aus, wenn man mit Mesh ausrüstet oder wenn man mit Coils wickelt. Dann haben wir eben sämtliches Papierzeug hier noch mit dabei. Zum Akkuträger, zum Verdampfer, dann hier noch ein kleines Infokärtchen, hier noch ein Infokärtchen. Hier haben wir das Kärtchen zur German 103 mit allen Mitgliedern auch auf der Rückseite nochmal abgeblendet. Das kennt man ja schon, wenn man Brunhilde oder Krimhild oder sowas besitzt. Dann haben wir nochmal so einen Akku-Warnung-Zettel, der uns dann dementsprechend sagt, bitte unisolierte Akkus niemals benutzen, auch wenn sie leicht beschädigt sind, nicht benutzen. Ist immer eine gute Sache, gerade für Anfänger, die sich damit nicht auskennen. Dann haben wir hier ein sehr, sehr schönes Stückchen, wie ich finde. Ich finde es toll, dass das mit dabei ist. Das ist ein 510er-Schutz bzw. Akkuträgerschutz. Das kann man zwischen Akkuträger und Verdampfer legen. Ihr seht, da passt der 510er dann wunderbar durch bzw. das Gewinde des Verdampfers. Und dann bleibt unser Akkuträger verschont vor Kratzern. Finde ich eine gute Sache, dass das gleich mit bei ist. Dann haben wir hier ein Ersatzteiltütchen, in der sich einmal eine NI80 Clapton Coil mit 45 bis 60 Watt als Angabe bei 0,35 Ohm befindet. Mit sämtlichen Dichtungen, also hier ist die Coil, mit dem passenden Werkzeug, mit so einem Mesh-Bender, nenne ich es jetzt einfach mal. Also einem Mesh-Biege-Werkzeug. Ich mache das eigentlich immer mit einer Wickelhilfe oder einem Schraubenzieher. Wenn ihr das benötigt, um das Mesh nochmal nachzuformen, könnt ihr dies damit machen. Dann gibt es zum einen hier NI80 0,2 Ohm. Ich habe zuerst nur dieses Tütchen gefunden, wusste gar nicht, dass ein zweites mit dabei liegt. Habe dieses Mesh auch eingebaut, dazu werde ich dann auch was sagen. 50 bis 60 Watt gibt der Hersteller hier an mit 0,2 Ohm. Und zum anderen haben wir nochmal ein Tütchen. Da seht ihr dann, das ist gerade schwer zu sehen, vertraut mir. Es sind zwei, jetzt kann man es sehen, ich habe es ein bisschen auseinander geschoben. Es sind zwei Mesh-Stückchen, die hier mit drin sind, wenn man es Mesh nennen will. Hier in Cantala 1, na, vorher noch den Autofokus gelobt, 0,2 Ohm, ebenso auch 50 bis 60 Watt maximal. Und dann befindet sich hier drin noch Watte. Ihr könnt, wenn ihr das Ganze mit Mesh macht, könnt ihr das Ganze doppelt benutzen. Also ihr seht, dass ich beide Stränge noch drin habe. Den zweiten nur noch bis zur Hälfte, denn einmal habe ich ihn schon benutzt. Aber selbst das restliche Stück würde reichen, um das Ganze nochmal mit Mesh auszustatten. Wir benutzen heute aber im Video natürlich den ganzen Streifen, um zu simulieren, dass das Gerät ganz neu bei euch eingetroffen ist. Und dann ist hier noch so ein Sticker mit dabei, der uns hier Lindenblatt zeigt. Ein Hauch des Schicksals. Schöner Sticker, ich werde den wahrscheinlich nicht aufkleben. Ich mag sowas dann immer original belassen. Und ihr kennt mich ja als alter Retro-Sammler. Für mich muss alles immer OVP und vollständig sein. Wenn man einen Sticker benutzt, ist es nicht mehr vollständig. Und hier ist also das Siegfried-Kit. Falls ich im Video aus Versehen mal Krimhild sagen sollte, verzeiht es mir bitte. Ich weiß nicht warum, aber es passiert mir immer und immer wieder. Ihr seht hier schon den Drachen abgebildet. Ihr seht hier die Markierung bzw. die Gravur mit Siegfried. Das ist die schwarze Variante mit dem goldenen Drip-Tip. Hier sehen wir die Airflow. Ich würde auch sagen, wir kümmern uns zunächst um den Akkuträger und dann um den Verdampfer. Sorry für den kurzen Cut, aber ich habe den Kampf gegen eine Fruchtfliege gerade führen müssen und ich habe gewonnen. Gut, also weiter. Wir haben gesagt, wir gucken uns erstmal den Akkuträger an. Das machen wir auch. Also schrauben wir zunächst mal den Verdampfer ab. Und ihr merkt schon, das Gewinde verläuft butterweich. Das gefällt mir gut. Hier eben nochmal der eingearbeitete Drache. Je nachdem, welche Farbvariante ihr habt. Es gibt zum Beispiel auch Silber und Schwarz. Da ist eben diese Kontur vom Drachen Schwarz auf einem Edelstahl-Akkuträger. Sieht dann auch ganz nett aus. Je nach Geschmack. Ich habe jetzt hier eben die schwarze Variante. Dann haben wir oben natürlich den 510er für unseren Verdampfer. Muss ja so sein. Hier haben wir den Feuertaster, der auch eine LED besitzt, die uns dann eben auch die Akkuspannung anzeigen kann. Grün, blau, rot. Wie man sie standardmäßig bei solchen Geräten auch kennt. Und auch Fehler anzeigt beispielsweise. Jetzt ist natürlich kein Verdampfer aufgeschraubt. Das Gerät blinkt dann dreimal und sagt mir, ey alter, Verdampfer muss oben drauf. Bloß, dass ich Bescheid weiß. Denn sonst hätte ich das natürlich niemals gemerkt. Unten haben wir dann den Akkudeckel. Hier ist dann auch nochmal das German 103 Logo eingearbeitet. Sehr schön. Wir sehen die Entgasungslöcher auf der Unterseite. Designed auch bei German 103 und so weiter. Und eine Seriennummer gibt es. Das können wir hier aufmachen und das Gewinde könnt ihr euch selber anhören. Da gibt es für das, dass es ein so dünnes Material ist von meiner Seite. Jetzt auch mal nichts zu meckern, nachdem wir letztens ein ganz schreckliches Gewinde hatten. Wenn wir innen reinschauen, sehen wir auch hier das rote Plus. Das signalisiert uns natürlich der Pluspol. Muss hier in diese Seite schauen. Auch auf dieser oder in dem Deckel haben wir hier das Minuslogo. Wenn ich näher range, seht ihr das besser. Aber das funktioniert echt gut mit dieser Kamera. Ich glaube, das behalte ich jetzt ohne Detailansicht. Akku eingelegt und das Gerät wäre fertig hier zur Nutzung mit dem mitgelieferten Verdampfer. So, dann schauen wir uns mal den Verdampfer an. Der sieht nämlich hier so aus. Die Fruchtfliege hatte noch Geschwister. Zumindest einen. So, das sind jetzt zwei. Ich weiß, die Tür ist offen gelassen worden und dann fliegt sowas rein. Gut, weiter mit dem Gerät. Ich glaube, meine Fruchtfliegen interessieren euch nicht. Wir haben hier oben zunächst mal ein abnehmbares 8-10er Drip-Tip, das dann so daherkommt. Ihr seht, das hat keine eigenen Ohrringe. Also müsst ihr auch gucken, ob eure eigenen Drip-Tips passen. Das hat so ein bisschen hier, ja, die Optik, ich würde es mal sagen, ähnlich wie das Jigsaw-Drip-Tip vom lieben Manuel, vom lieben Nebelfee. Ich mag das Design. Aber wenn man genau hinsieht, kann man auch erkennen, dass da natürlich in diesen feinen Ritzen sich auch Ablagerungen in der Hosentasche oder aus der Hosentasche festsetzen können. Das muss halt ab und zu mal gereinigt werden. Aber es ist halt designtechnisch ganz schick. Ich merke hier die Riffelung oder sowas beim Ziehen nicht. Stören tun sie mich nicht. Um das Gerät zu befüllen, können wir oben die Top-Cap aufdrehen. Das ist ein Bayonett-Verschluss. So sieht dann hier das Innenleben aus. Ihr seht, ihr habt hier eine Gummimembran bei beiden Öffnungen für das Liquid. Damit auch kein Liquid austreten kann, wenn ihr beispielsweise die Top-Cap offen vergessen habt und einfach mal an euer Deck ran wollt oder weiß Gott was. Das ist ja mittlerweile gang und gäbe, dass man das macht. Bei so einem Verschluss brauche ich sowas persönlich nicht. Das wird mir in der Hosentasche nicht aufgehen. Aber wenn es mal passiert, haben wir hier halt einen Auslaufschutz. Dann den Deckel richtig drauflegen. Kurz eben diese Vierteldrehung. Und das Ganze ist wieder geschlossen. Hier seht ihr die Airflow-Control. Die ist auch ganz cool gemacht. Da seht ihr, haben wir insgesamt acht Löcher, die wir, so sieht man es glaube ich noch am besten, die man auch dementsprechend ansteuern kann. Man kann zum Beispiel nur die komplette untere Reihe nehmen oder man kann einzelne Löcher zusätzlich zur unteren Reihe freigeben. Ein Autofokus, du kannst nicht entscheiden zwischen meinen Daumen und der Airflow-Control. Aber ihr seht es, acht Löcher, die man ansteuern kann, weil wir hier so eine zweizeilige Ausfräsung haben. Und dementsprechend eben vier, fünf, sechs, sieben oder acht Airflow-Löcher nutzen können. Um ans Deck zu kommen, müssen wir den Verdampfer abschrauben. Während der auf dem Akkuträger ist, kommen wir nicht ans Deck. Dann schrauben wir hier mal die Base ab. Auch dieses Gewinde läuft wirklich gut. Kein Kratzen, kein Krächzen, kein Stöhnen. So, damit meine ich ein Aufstöhnen, liebe Leute da draußen. Und so sieht nun das Deck aus. Ihr könnt hier eine Single Coil einbauen oder eben Mesh. Ich persönlich wollte jetzt mal keine Coil hier einbauen, sondern habe mich direkt ans mitgelieferte Mesh gewagt, obwohl ich euch ja gesagt habe, ich habe gar nicht gemerkt, dass da noch ein Kantal-Mesh mit drin war, weil ich ja eigentlich ein riesen Kantal-Nutzer bin und habe hier das NI80-Mesh genommen, was ich normalerweise nie getan hätte und war eigentlich damit sehr zufrieden. Aber dazu kommen wir im Fazit. Und jetzt will ich auch mit euch zusammen hier ein Mesh einbauen. Ich möchte dazu aber einen Akkuträger nutzen, der geregelt ist, damit ich dementsprechend wenig Leistung auch beim Pulsieren oder beim Anfeuern machen kann, beim Ausglühen, damit auch die letzten Reste von irgendwelchen Maschinenfertigungen oder auch Öl und so weiter und so fort auch hier wegkommt. Und das ist einfach sicherer. Bitte diesen Tipp immer befolgen. Wickelt niemals auf ungeregelten Mods. Oder gar noch schlimmer, auf mechanischen Mods. Es sei denn, ihr seid absolute Profis und wollt das unbedingt so machen, weil ihr das halt so machen wollt. So, jetzt kann ich hier auch wahrscheinlich noch mit dem Zoom arbeiten, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, das ist doch hier... Oh, jetzt muss bloß noch der Autofokus Lust haben. Das ging jetzt leider nur auf dieser Zoom-Stufe, aber passt. Ich glaube, ihr könnt das wunderbar sehen. Um natürlich unser Mesh hier einzulegen, müssen wir erst mal die Posts öffnen. Dazu nehmt ihr das Kreuzschrauben hier, einen Kreuzschraubenzieher oder einen Schlitz, wenn der hier reinpasst. Ich habe jetzt hier einfach gerade einen Schlitzschraubenzieher. Und wenn ihr diese aufmacht, oh, die war sogar schon gelockert, dann sieht man auch, wenn ich das Ganze hier mal so hochklappe, dass diese Posts gefedert sind. Na, ich darf nicht zu nah rangehen, vor allem nicht, wenn ich zoome, dass die Posts gefedert sind. Das heißt, sobald ihr aufschraubt, öffnen die sich automatisch. Finde ich eine sehr, sehr angenehme und sehr bequeme Sache, das so zu haben. So, dann legt ihr euer Mesh ein. Ich habe es jetzt auf der einen Seite natürlich schon fixiert. Wenn ihr das gemacht habt und das Ganze ausgeglüht habt, könnt ihr das Mesh wieder einlegen. Achtet bitte auch beim Mesh drauf. Da sind, ja, auf der Außenseite so ganz leichte Huckel, ja, die müssen bitte nach außen zeigen. Zumindest habe ich es außen gemacht. Ich kannte das so, glaube ich, noch nicht. Bin ich mir nicht sicher, habe ich nie gefühlt. Aber hier ist es mir aufgefallen. Ich habe das Ganze jetzt nach außen. Und jetzt könntet ihr das Ganze zumachen und die Watte durchziehen. Ich persönlich lasse es aber gerne offen und schnappe mir hier eben nochmal so eine Watte. So sieht das Ganze dann aus. Und dann könnt ihr euch die Watte, also ihr müsst aufpassen, ihr werdet die Watte relativ bündig mit dem Deck abschneiden, mit einer Schere. Upsi, was haben wir denn da? Das ist wahrscheinlich von meiner Hand. Relativ bündig abschneiden, also ihr müsst nicht unbedingt hier einen Haufen Watte überlassen, sondern das kann man relativ knapp hier hinlegen. Dann einfach kurz ein bisschen komprimieren und hier mit dem Mesh reintreffen. Das Ganze bitte nicht zu fest aufdrücken, dass ihr euer Mesh nicht verformt, wenn ihr das vorher schön noch geformt habt. Und einfach hier wieder zuschrauben. Und das war schon das ganze Geheimnis. Die Watte ist verlegt. Jetzt müssen wir nur noch die Watte abschneiden. Dazu hole ich mir eine Schere. Und die könnt ihr wirklich ganz, ganz getrost, ohne Angst zu haben. Also ich lege hier die Schere einfach direkt hier an das Deck an, führe sie hier entlang auf die Watte und schnippschnapp, wenn die Schere gerade Lust hat, weg damit. Das gleiche mache ich auf dieser Seite. Und das reicht uns auch an Watte. Wir werden sogar noch ein wenig dran frisieren. Und dementsprechend, wie ihr sehen könnt, reicht der Streifen auch dicke nochmal, um das Ganze auszustatten mit neuer Watte aus. Braucht man sich keine Sorgen machen. Auf jeden Fall, egal was wir gemacht haben, nochmal auskämmen. Denn ihr seht hier, ich schoße andauernd ans Mikrofon, sorry Leute. Wenn ich zoome, dann ist es blöd mit dem Fokus. Ihr seht hier, dass die Watte komprimiert wird. Bitte unbedingt hier auskämmen. Das könnt ihr euch gleich bei jedem Verdampfer oder darauf einstellen. Ich mache das immer. Wobei wir gleich nochmal schneiden. Denn wie gesagt, wir können das Ganze nochmal frisieren, damit auch der Verdampfer und die Verdampferkammer hier drauf Platz nehmen können. Da unten habe ich ein bisschen zu wenig abgeschnitten. Keine Ahnung, was da los war. So, Werkzeug des Todes mal weggelegt, womit ich mich immer gerne piekse und immer gerne schneide. Zunächst mal dieses Stück hier unten, was überflüssig ist. Einmal. So, und was ihr jetzt auch machen könnt, ist beispielsweise einmal hier auf der oberen Kante nochmal das Ganze trimmen. Ja, wir schneiden also eigentlich dem Siegfried-Verdampfer einen Fokuhila. So, die Watteflauschelis hier auch mal weg. Ich weiß, das ist kein Wort. Und so sieht das Ganze dann eigentlich aus. Man könnte theoretisch gesehen auch hier noch etwas genauer schneiden. Ich habe das jetzt natürlich durchs Kameradisplay gemacht. Da ist es nicht ganz so ordentlich. Spielen wir mal eine Runde Gärtner oder Flutninja. So, noch ein bisschen ordentlicher. Und dann würde ich dennoch aber auf jeden Fall das Ganze auskämmen. Das muss jetzt nicht prinzipiell nur bei diesem Verdampfer so sein. Wie gesagt, ich richte mich ja mit solchen Tipps immer an Anfänger. Ich kämm meine Watte immer aus. Und wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dann macht man es sowieso immer automatisch. Ist eine schöne Eigenschaft, damit man auch definitiv den besten Liquid-Nachfluss hat. Jetzt können wir das Ganze mit Liquid benetzen und eigentlich auch schon losdampfen. Und natürlich will ich auch für euch das Ganze mit einer Coil ausstatten. Dazu habe ich die Coilbeinchen jetzt mal abgeknipst. Ich habe das Ganze, jetzt muss ich selber spicken, ich glaube 5 Millimeter habe ich gemacht. Falls ihr so ein Coil-Cutting-Tool habt, habe ich hier die 5 genommen. Das war nicht mit dabei, das ist nur zufällig jetzt hier so markiert. Ihr könnt aber auch eine 6 nehmen. Ich wollte halt definitiv sehr niedrig mit der Coil sein, damit ich ungefähr die Höhe des Meshs habe, damit ich den Geschmack nicht verändere. Dazu kann man die Wickelhilfe hier einfach mal zum Beispiel so mittig auflegen und das Ganze wieder zuschrauben. Jetzt bin ich hier aus Versehen zu locker gewesen. Macht aber nichts, die greifen schön wieder. Und das Ganze geht zu. Wenn die Coil dann eingebaut ist, könnt ihr sie zentrieren und gerade machen, damit das Ganze auch vernünftig aussieht. So müsste das eigentlich ganz gut passen. Sieht mittig aus, auch von der Höhe her passt es. Und wir können anfangen mit dem Ausglühen. Dazu gehe ich mal mit der Leistung runter auf, was machen wir? Ich mache jetzt einfach mal 30 Watt, denn die Coil ist ja, nee, warte mal, die wurde angegeben mit, ich muss selber spicken, habe ich mir nicht gemerkt. 45 bis 60 Watt, also gehen wir mal auf, ja, auf 26,5 Watt und gucken mal und machen natürlich mit unserer Keramikpinzette erstmal die Hotspots raus. Dazu könnt ihr immer die Coil ein bisschen zusammendrücken und dann einfach gelegentlich drüber streichen, immer wieder leicht pulsieren, wenn ihr das noch nicht kanntet, um die Hotspots rauszukriegen. Und ihr werdet sehen, wenn wir damit beim Drüberstreichen die Oberflächenspannung nehmen, werden auch unsere Hotspots verschwinden. Ihr seht, es wird immer schöner. Ich weiß, für die Profis da draußen euch langweilt das, wenn man das immer wieder sagt, aber es gibt halt auch Menschen, die das noch nicht wussten. Dann bitte unbedingt die Coil abkühlen lassen, bevor ihr da eine Watte verlegt. Dann legen wir auch hier mal unsere Watte durch. Dazu auf einem Ende einfach spitz machen. Ich hoffe, ich habe es die richtige Dicke. Ich habe schon lange keine solchen Watte-Stripes mehr benutzt. Oh, das ist perfekt. Einfach perfekt. Dichtfusselchen wollen wir hier nicht haben. So, schön rein. Darf nicht zu stramm sein, darf aber auch nicht zu locker sein. Es muss sich letztendlich einfach richtig anfühlen. Übung macht da den Meister. Wenn ihr das noch nie gemacht habt, schaut, dass ihr es locker durchziehen könnt, ohne die Coil zu verbiegen. Hier lasse ich in der Breite mal, jetzt bin ich wieder ans Mikrofon gestoßen. Tut mir leid. Etwas mehr als die Verdampfer-Bass. Wieder bin ich ans Mikrofon gestoßen. Normal ist das Mikro rechts von der Kamera. Bei dieser Kamera ist das Kabel aber auf der rechten Seite. Es ist normal links davon. Jetzt ist es aber rechts davon. Deswegen stört es mich die ganze Zeit so. Dann holen wir uns wieder unsere schöne Spitzzange und nachdem wir die enden, jetzt bin ich wieder hingekommen. Es tut mir so leid, Leute. Ich muss da umdisponieren beim nächsten Mal und irgendwie muss ich das Mikrofon irgendwo befestigen, wo ich nicht ständig hinkomme. Ich glaube, auf der einen Seite ist es etwas länger. So. Und dann legen wir unsere Watte einfach. Also das machen auch verschiedene Menschen verschieden. Manche lassen die Watte auch einfach so wie bei dem Mesh. Ich würde das nicht machen, denn, wie gesagt, ich habe leider dieses Bild nicht, aber es gibt ein kurzes Video von Vapefly selber, wie die den wickeln und da legen sie es auch hier ein. Einfach ganz locker einlegen, wenn es nicht geht. Ne, die Seite ist irgendwie länger. Moment, schön wieder gerade kämmen. Die Seite ist minimals länger. Die werden wir nochmal ein bisschen kürzen. Einen kleinen Fetzelchen weg noch. Und dann eben hier nach unten legen. Ich werde den Verdampfer nur mit Mesh betreiben, aber damit ihr das Ganze auch mal gesehen habt, dass man hier auch eine Coil einbauen kann. Ist ein bisschen fummelig, ist ein bisschen fieslig, weil eben hier auch der Abstand, da müssen die Coilbeinchen sehr gespreizt werden, ein bisschen komisch ist, wenn man hier eine Coil einbaut. Aber im Gegensatz zum Mesh-Einbau, der wirklich brutal leicht ist, ist das deutlich mehr gefummle. Ich würde hier beim Mesh bleiben. Wenn dann unsere Wicklung fertig ist, egal ob Mesh oder Coil, entnehmen wir die Base wieder vom Akkuträger. Gucken, wie das Ganze reinkommt. Ihr seht schon, die Formen, ja, dementsprechend so rum einfach einsetzen. Und dann können wir hier die Base wieder verschrauben und in den Verdampfer platzieren. Dann noch auf einen Mod oder eben auf den mitgelieferten Mod. Aber so können wir jetzt nochmal prüfen, ob alles passt. Natürlich bitte Obacht geben, dass man hier nicht aus Versehen feuert, weil wir haben ja noch kein Liquid drin. Aber ihr solltet immer, wenn ihr den Verdampfer bereit gemacht habt, gewickelt habt, erstmal die Wicklung benetzen. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben hier 0,35 Ohm, wird mir gerade hier angezeigt. Und eigentlich wäre der Verdampfer jetzt bereit, um gedampft zu werden, wenn er aufgefüllt ist. Ich habe jetzt hier den Verdampfer wieder auf Mesh zurück umgebaut und habe auch nochmal kurz nachfrisiert. Also so sollte es ungefähr aussehen, dann sollte es wunderbar passen. Natürlich machen wir dann erst einmal die Wicklung auch nass, indem wir einfach überall hier schön Liquid verteilen. Ja, die Watte wirklich schön tränken, damit ihr direkt loslegen könnt. Wenn ihr euch sicher seid, dass die Watte wirklich komplett nass ist, könnt ihr auch mal ein, zwei Mal kurz anfeuern. Sinn macht das eigentlich nicht, macht aber Spaß. Weil so ein Stückchen Watte, das ist ja erheblich mehr wie bei einer Coil, die kann auch wirklich viel Liquid vertragen. Wunderbar. So, dann lassen wir das Ganze abkühlen, dass wir nicht aus Versehen hinlangen und schrauben dann wieder das Ganze zusammen. Ihr seht auch schon, wie das Ganze sein muss, denn ihr habt hier natürlich die Form, die hier reinpassen muss. Dementsprechend so das Ganze einsetzen. Ihr merkt, zack, es geht auch ganz leicht rein bei mir und dann einfach wieder verschieben. In den Tank passt auch einiges rein, also da müsst ihr wirklich ordentlich Liquid reinmachen. 7 Milliliter werden hier genannt, deswegen die Flasche auch ansetzen. Jetzt muss ich nur gucken, wo das Loch ist. Ich sehe es nicht durch das Display. Und dann könnt ihr hier Liquid auffüllen. Und das war das ganze Geheimnis um den Siegfried Verdampfer. Jetzt auf den Akkuträger und los geht's im Fazit. Kommen wir also nun gemeinsam zum Fazit. Ihr habt gesehen, ich habe das Ganze nochmal auf Mesh umgebaut, denn so hat er mir sehr gut gefallen vorweg. Und ich finde, wenn man hier eine Coil einbaut, ist es irgendwie eine leichte Zweckendfremdung, denn das Deck ist wirklich für mich besser ausgelegt oder wirklich ausgelegt auf Mesh-Wicklungen, wenn man es so nennen möchte. Wir wollen auch zunächst mal den Dampftest machen, bevor ich mich von oben nach unten durcharbeite und euch meine Meinung dazu sagen kann. Ihr habt gesehen, Mesh 0,2 Ohm, Akku ist vollgeladen und los geht. Der Akku ist vollgeladen. Man sollte die Artikel nicht weglassen. Kein Nachzischen, kein gar nichts. Wunderbar läuft, ihr seht es. Ihr habt auch gerade gesehen, wie ich den befüllt habe. Ich habe die Airflow nicht geschlossen. Sicherheitshalber, das ist glaube ich ein Tipp von der Community, schließt eure Airflow. Das sollte man sowieso bei Geräten machen, die ein Topfilling haben und die Coil unter dem Tank liegt. Einfach die Airflow schließen und dann auffüllen. Ihr habt aber gesehen, dass bei mir da kein Problem da war. Das hatte ich euch schon im Stream gesagt, dass das bei mir so ist. Ich fange mal zunächst an mit dem Geschmack, denn der hat mich sehr überzeugt. Ich war tatsächlich ein bisschen verwundert, als ich nämlich nachträglich herausgefunden habe, weil bei mir kam es nicht direkt aus der Packung raus. Ich bin bei sowas immer ein bisschen ungeduldig. Ich habe den Meshstreifen gesehen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass nochmal ein anderes Mesh oder ein Lochsieb, wie auch immer mit dabei ist. Denn ich bevorzuge immer Kantal als Material und habe hier das andere Mesh eingesetzt und war sehr überrascht von der Geschmacksentwicklung, denn die ist extrem stark. Da gibt es von meiner Seite her überhaupt nichts zu meckern. Egal, ob ich die Airflow zur Hälfte schließe oder komplett geöffnet lasse, ich war hier sehr überrascht, weil ich eben das ein oder andere Mal schon was anderes gehört hatte. Auch von der Dampfproduktion selbstverständlich haben wir hier Mesh sehr viel Materialoberfläche und ihr seht es selber. Das war jetzt bewusst ein sehr langer Zug. Wir können auch mal einen kürzeren machen. Da passiert schon eine ganze Menge. Und auch bei mir, ich habe das Problem mit dem Kokeln und so weiter überhaupt gar nicht. Ich habe euch nochmal am Ende der Details gezeigt, wie ich die Watte schön zurecht trimme. Da fühlt man sich wie so ein kleiner Gott im Himmel. Da fühlt man sich wie so ein kleiner, nicht wie ein Gott im Himmel, wie ein Gärtner, der seine Hecke zurechtschneidet. Ich finde aber dennoch, um mal direkt das Thema hier wickeln oder mit Mesh ausstatten, würde ich es eher nennen, mal anzusprechen oder ansprechen wollen, würde ich sagen, das geht wirklich sehr, sehr simpel. Ihr baut euer Mesh ein, ihr pulsiert mal kurz, um jeden Rückstand hier auf jeden Fall auszuschließen und anschließend klappt ihr eine Seite wieder hoch, legt die mitgelieferte Watte rein oder die Watte, die ihr bevorzugt, klappt das Ganze wieder runter, schneidet es so bündig wie möglich ab und trimmt die oberen Kanten einfach diagonal mit der Schere einmal im Halbkreis entlang schneiden und das Ganze ist fertig. Und so läuft das Ding auch, wie es laufen soll. Ich hatte es von Anfang an genau so gemacht und es lief auch von Anfang an, denn bei mir hat am Anfang die Base nicht mehr in den Verdampfer reingepasst und da habe ich die Watte nachgetrimmt, bis es einfach schön reinging. Ich war auf alles vorbereitet, weil ich im Vorfeld schon sehr viel gehört hatte von euch im Stream oder in den Kommentaren. Fangen wir also mal Stück für Stück an. Ich finde das Drip-Tip sehr ansehnlich, es gefällt mir optisch sehr gut. Wie schon aber in den Details gesagt, ich kann mir vorstellen, dass ich hier nach der Zeit, ich benutze das Gerät jetzt seit eineinhalb Wochen circa im Dauerbetrieb durchgehend als All-Day-Dampfe zusammen mit einem kleinen Potsystem. Ihr wisst, ich habe immer ein kleines Mini-Gerät dabei und ein größeres Gerät. Und ich habe hier noch keine starken Verschmutzungen oder sowas. Man könnte aber erahnen, dass sich da auf jeden Fall gerade so kleinere Partikel, Fussel und sowas sammeln könnten. Bei mir habt ihr es gesehen nicht. Ich habe das nicht vorher gereinigt, das Drip-Tip. Ihr könnt aber auch euer eigenes Drip-Tip nehmen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, ihr habt so ein kleines Podest, auf dem das Drip-Tip aufsetzt. Sprich, euer Drip-Tip sollte den gleichen Durchmesser oder einen kleineren Durchmesser haben, wie dieses Mini-Podest, was ich immer sehr schade finde. Bündig aufhörende Verdampfer finde ich da einfach besser, damit man auch jedes eigene Drip-Tip aufsetzen kann, wenn man das eben möchte. Wir haben ein Top-Filling, das auch gut funktioniert. Mit jeden gängigen Flaschen können wir hier unser Liquid auf jeden Fall bequem einfüllen. Wie gesagt, hier der Tipp, macht immer bitte eure untere Airflow bei Verdampfern zu, wenn ihr sie von oben befüllen könnt. Ich habe sie auch in den Details offen gelassen, denn bei mir tritt hier kein Liquid aus. Die Airflow finde ich sehr gut ausgelegt, wenn wir die komplett mal aufmachen, um euch zu sagen, wie offen die dann gesamt ist. Muss ich nur gucken, dass wirklich alles offen ist. ist kein komplett offener Zug. Also Offer-Wierer Scheinertor ist das hier nicht. Ist das hier nicht. Aber es ist nicht restriktiv. Also es ist nicht zu vergleichen. Wir haben ja mittlerweile immer so ein GT3, GT4 als Kategorie oder neuerdings auch den Griffos. So ist es nicht. Wir haben hier definitiv mehr Airflow. Macht ihr die komplette obere Zeile zu, kommt ihr so ungefähr in diesen Bereich. Geschmacklich normalerweise umso mehr Luft ich bei einem Verdampfer nutze, desto besser entwickelt sich DL für mich. Der Geschmack. Auch MTL. Deswegen bin ich beispielsweise kein Kai-Foom-Fan, weil dadurch, dass die Luft so restriktiv durchgezogen wird oder der so restriktiv ist vom Zugverhalten, verliere ich persönlich sehr viel an Geschmack. Hier ist meine Favorisierung bei zwei Löchern auf der oberen Zeile. So finde ich das genau richtig. Auch jetzt kein Nachzischen oder Sonstiges und ich habe hier keinen Cut gemacht, falls das der eine oder andere von euch denken mag. Ich finde es ein bisschen schade, dass man jedes Mal den Verdampfer abschrauben muss, wenn man an der Base irgendwas machen möchte. Ist aber für mich kein großes Hindernis. Dann tue ich das halt, denn wie oft gehe ich denn an die Base ran. Es wäre was anderes, wenn man das machen müsste, um die Airflow zu verstellen oder den Verdampfer aufzufüllen. So ist das mir relativ egal. Kommen wir zum Akkuträger. Der Akkuträger ist sehr elegant verarbeitet und sehr gut verarbeitet. Er liegt robust in der Hand, hat ein schönes Gewicht. Es ist definitiv nicht kopflastig, denn wir haben hier mit einem 21700er auch ein vernünftiges Gewicht auf der Unterseite des Akkuträgers. Die Gewinde laufen sehr, sehr weich, so wie ich mir das vorstelle. Und wir sind hier nicht bei einem Produkt jenseits der 150 oder 200 Euro. Das ist ein Budgetgerät. An alle Hersteller, die bei teuren Geräten immer noch beschissene Gewinde schneiden, hier liebste Grüße von mir. Selbstverständlich würde ich mich freuen, wenn hier irgendwo ein Ladeport wäre. Wäre für mich natürlich bequem, ist aber kein Kritikpunkt. Hier ist der bewusst weggelassen worden. Aber hier gibt es eine große Problematik. Bei mir Gott sei Dank nicht, aber scheinbar bei sehr vielen von euch. Und die hätte man ganz einfach umgehen können. Ich rede hier von der Leistung. Wollt ihr übrigens eure Leistung berechnen bei einem Akkuträger, der ungeregelt ist? Denn wir haben hier einen ungeregelten Akkuträger. Das bedeutet, wir haben einen Akkuträger, der den Bypass-Modus nutzt. Er tut so, als wäre er ein mechanischer Mod. Ist das aber nicht. Das ist ein elektrischer, aber ungeregelter Mod, wo wir die Leistung nicht verstellen können. Das bedeutet, je nach Akkuspannung und je nach Widerstand bekommen wir hier eine gewisse Leistung. Die könnt ihr ganz einfach selber berechnen, indem ihr euch einfach merkt, wenn ich die pure Leistung berechnet haben will, muss ich sie einfach pur berechnen. Ja, denn PUR ist hier das Stichwort. P für die Leistung, U für die Spannung und R für den Widerstand. Ja, so eine kleine Schwäche hat meine Eselsbrücke, denn wir haben ein kleines Quadrat über der Akkuspannung. Also ihr nehmt die Spannung des Akkus, vollgeladene Akkus, das Ladegerät zeigt natürlich 4,2 Volt an. Nehmen wir einfach mal so das Mittelding. Viele rechnen ja mit 3,8 Volt. Wir rechnen jetzt erstmal mit 4 Volt. Dann kommen wir auf 16 geteilt durch 0,2. Und dann landen wir, glaube ich, auf ziemlich genau 80 Watt, wenn mich nicht alles täuscht. Jo, landen wir bei genau 80 Watt. Ich habe das vorher berechnet, um euch keine Scheiße zu erzählen. Und da sehe ich das erste Problem. Denn wenn wir hier mit 80 Watt an Coils rangehen oder an Mesh rangehen, wo der Hersteller selber angibt, 50 bis 60 Watt, ist das so eine Sache, die ein bisschen komisch ist. Und das könnte das Problem sein, warum bei euch beispielsweise ein kokeliger Geschmack immer mal wieder entsteht, wenn die Watte nicht richtig verlegt ist. Denn dann kommt vielleicht der Nachfluss der Leistung nicht mehr hinterher. Hätte man hier einfach drei Stufen eingebaut, beispielsweise 40, 50 und 60 Watt mit einem Dreiklick, um hin und herzustellen, wir haben schon Tube-Mods usw. gesehen, die diese Möglichkeit haben, oder auch mit dem Nunchaku-Mod einen geregelten Akkuträger gehabt, wäre dieses Problem hier nicht präsent gewesen. Deswegen meine Empfehlung, gerade an Menschen, die vielleicht mit der Watte noch nicht zurechtkommen, macht den Verdampfer runter und nehmt einen geregelten Mod und nutzt euren Verdampfer, wenn ihr diesen nutzen möchtet. Denn gegen den Verdampfer kann ich einfach nichts sagen. Egal wie lange ich suche, ich finde nichts zu kritisieren. Ihr habt es vielleicht im Stream bei mir gesehen oder gehört. Ich habe gesagt, auf 45 Watt ist mein absoluter Sweet Spot mit dem mitgelieferten Nikrom-Lochblech-Mesh, wie auch immer ihr das nennen möchtet. 45 Watt, das ist bei Gott nicht zu wenig Leistung für dieses Mesh. Ich habe kaum Unterschied zum Geschmack gemerkt, wenn ich auf 60 oder 65 gegangen bin. Erstens brauchen wir dafür viel zu viel Akkuleistung. Die Akkus halten nicht so lange und zweitens braucht man es nicht. Aber selbst wenn ich auf 50 oder 55 gehe, bin ich immer noch in der Leistungsangabe des Herstellers und bin definitiv auf der sicheren Seite. Ich habe wie gesagt dieses Problem überhaupt nicht, auch wenn ich den ungeregelten Mod, der im Kit mit dabei ist, benutze. Aber wenn ihr dieses Problem habt, probiert es mal auf einem geregelten Akkuträger oder spielt nochmal mit der Watte. Denn im Prinzip ist es wirklich sehr, sehr simpel, hier die Watte zurecht zu stutzen. Es geht wirklich sehr schnell. Man hat in nicht mal 5 Minuten den kompletten Verdampfer hergerichtet. Und wenn ihr geübt seid, dauert es wahrscheinlich nicht mal 2 Minuten und er ist schon wieder ready to vape. Nochmal eine Zusammenfassung. Ein Verdampfer, der geschmacklich sehr, sehr stark ist. Das habe ich bei Gott so krass nicht erwartet. Ich finde es sehr, sehr einfach, hier Mesh einzubauen. Coil finde ich nicht so prickelnd, wie das hier gelöst wurde. Es ist halt eine Sache, die auch möglich ist. Aber ich würde euch hier raten, definitiv beim Mesh zu bleiben. Befüllung, Aufbau ist wunderbar. Die Qualität ist auch sehr gut. Hier wurde sehr gut gearbeitet. Ich finde hier keine Kanten und Ecken und sowas, die nicht sein sollten. Es sieht alles einfach sehr vernünftig aus. Das ist man aber auch anders vom Vapefly gar nicht gewohnt. Ich rede hier von den Verdampfern, nicht von irgendwelchen Dochten. Bloß mal so, weil ich weiß, ihr werdet in den Kommentaren wieder gern was dazu sagen. Zum Akkuträger, ich finde es ist ein sehr schöner Akkuträger, gerade mit diesem eingravierten oder eingearbeiteten Drachensymbol. Das sieht einfach wirklich schön aus. Allerdings sehe ich es halt ein bisschen kritisch. Selbst wenn wir Anspannung verlieren, sind wir teilweise einfach über den angegebenen 60 Watt, die eigentlich dieses mitgelieferte Mesh packen sollte. Und das finde ich ein bisschen schade. Eine drei- oder zweistufige Leistungsverstellbarkeit wäre hier des Rätsels Lösung gewesen, um überhaupt nicht über sowas diskutieren zu müssen. Denn es ist sehr, sehr schade. Denn ansonsten ist das einfach ein Set, das das, was es verspricht, vollkommen halten kann. Ich hoffe, ich konnte euch mit den Details, mit dem Wickeltutorial etwas weiterhelfen, dass ihr vielleicht die Probleme, die ihr hattet, nicht mehr habt. Denn hier sprechen wir tatsächlich mal nicht von der Atomwissenschaft, wie man einen Verdampfer richtig ausrüstet. Denn es ist tatsächlich sehr, sehr simpel, wenn man natürlich weiß, wie es geht. Lasst mich in den Kommentaren wissen, ob euch die Tipps helfen konnten. Lasst mich in den Kommentaren ebenso auch wissen, falls die Tipps nicht helfen konnten, falls ihr noch weitere Probleme habt. Denn Probleme, die ihr habt, könnten auch dem ein oder anderen Zuschauer oder der ein oder anderen Zuschauerin hier hilfreich sein. Denn mehrere Meinungen sind immer besser als nur die meine. In diesem Sinne wünsche ich euch noch was. Bleibt gesund, passt auf euch auf, dampft schön weiter, hört auf zu rauchen. Euer DampfdiDAS und Bye. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es also wieder geschafft, ein Video von mir zu überleben und hast nicht mal, naja, so viel Schaben davon getragen. Falls du jetzt also den Kanal abonnieren möchtest, klick einfach mitten auf mein Gesicht, hier auf die Nase oder aufs Auge, wo du Bock hast. Falls du Lust auf mein letztes Video hast, klicke hier. Oder auf ein Random Video, das YouTube tatsächlich für dich aussucht, Freiheiten und so, dann klicke hier. Bis zum nächsten Mal. Euer DampfdiDAS. Bye. mediatore. Bis zum nächsten Mal. und wiegtb Admetre bei Büiner. Bis zum nächsten Mal.